Peter Thomas hat die Suite Nouveau Tableau d'un Exposition für Sprecher und großes Orchester komponiert. Karl-Heinz Wagner ist der Sprecher und das große Unterhaltungsorchester des WDR wird geleitet von Werner Müller. Nouveau Tableau d'un Exposition. Centre Pompidou. Neue Bilder einer Ausstellung im Centre Pompidou in Paris. Untertitelung des ZDF, 2020 Centre Pompidou, Plakat und Eröffnung der Ausstellung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wandelmelodie Man wandelt zwischen den einzelnen Sälen. Untertitelung des ZDF, 2020 Erstes Bild Kandinsky, Der blaue Reiter 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 Untertitelung. BR 2018 14. Juli, 1789, die Erstürmung der Bastille. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sabbat in Nazareth Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Von Saal zu Saal, von Bild zu Bild. Ölbild von Picasso Drei Musikanten Untertitelung. BR 2018 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 Esther le Diable, Aquarell, Esther die Teufelin. Musik 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 Promenade, von beat zu beat. Musik El Greco, le couronnement de la Vierge, die Kronung des Jungfraus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 »Fliegende Kirche« Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.